Der Psalm sagt, ich habe ihn gerettet, wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören, weil er sagt, oh Gott, oh Gott, warum hast du mich verlassen? Gott sagt dann nein, wenn der Massias ruft mich, ich werde ihn hören, ich bin bei ihm in Not, welcher Not? Die Kreuzigung, die wollen ihm die Juden kreuzen, ich bin bei ihm, Gott sagt in Not, wenn ihr glaubt, das ist eure Bibel, wenn ihr glaubt, er ist gerettet, ich bin in ihm in Not, befreie ihn und bringe ich ihn zu Ehren, das heißt, Jesus ist gerettet, nicht gütet. Wann du in diesem Psalm liest? Ja, aber es haben ja so viele Leute gesehen mit eigenen Augen, wollte Allah da, ich sage es immer, und der Allah da, wie sprechen Sie das immer aus? Er täuscht. Wieso täuscht er die Leute? Aber achi, schau, achi. Zumhanallah, wer hat er denn getäuscht? Die Jünger haben alle gewusst, dass er, er hat die Juden getäuscht, die dort ihn getötet haben. Ja, genau. Und die Feinde von ihm. Hauptsächlich die Römer, die ihn kreuzen. Nein, achi, aber gibt es Sekten. Seine Mörder quasi. Ja, ja. Ja, da gibt es Sekten und Fremden. Aber rein, das können wir dann weiterbehandeln, damit das Video nicht in die Länge gezogen wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.